Plötzlich ist es kalt und schneit, ja dann ist es Weihnachtszeit. Friede, Freude, Freundlichkeit, die heilige Nacht ist nicht derweil. Doch zuerst kommt das Advent, das hat so mancher schon verkennt. Schnell zum Einkauf wird gerannt, damit die erste Kerze brennt. Wenn Advent ein Licht einbrennt, ein Gedicht, das jeder kennt. Bei Alt und Jung ist es bekannt, so hört man es im ganzen Land. Der Weihnachtsbaum ist aufgestellt, die Geschäfte sind bestellt. Wenn der Schnee dann leise fällt, ist es das, was uns gefällt. Am sechsten kommt der Nippon aus, der geht dann von Haus zu Haus, verpackt er dann die Päckchen aus und geht zur Haustür daneben aus. Der kommt nicht durch den Schornstein rein, der Schornstein ist dafür zu klein. Der kommt auch nicht durch den Kamin schon gar nicht, ist da feuer drin. Einig Abend in der Stube gibt's zum Essen ganz guter Winterküche. Die Kinder schrieben vom Weihnachtsbaum, welch ein Anblick, welch ein Traum. Sie singen schön, gut an einem Baum bei Plätzchen, duft im ganzen Raum. Opa bekommt neue Socken, Oma ein Kopf, um zu kochen. Vater bekommt Zigarette, Mutter, einen Satz erwärmt. Wetzel ist besonders stolz, seine Eisenbahn aus Holz. Seine Schwester Blankarine bekommt zu flöten, eine Flöte. Er sind da Leute, in der Tudach schaut schon lang, keine zu verstehen. Sie sparen sie ZDF im dritten Leuchte, Kölner Treffen. Zwei nachden, dann vorbei, kommt Südwestern, eins, zwei, drei. Vorjahre wird dann glücklaut und das alte Jahr verhalt. So, ihr Leute, das Lied ist aus, sie ist vom Kamin zu Haus. Warte auf den Nikolaus und wenn der kommt, schmeißt ich den Haus.